sagen manche dann. Ich würde vorschlagen, es wird Zeit, dass Sie das einfach selber mal herausfinden und deswegen sollten genau Sie heute 7 Millionen im Lotto gewinnen. Und den Glücksfaktor von einer Million, den kann man beim Spiel 77 herausfinden und vielleicht klappt es ja da. Hier ist die Gewinnzahl. Die 6280794. Und was ist der Glücksfaktor von 100.000 Euro? Das kriegen Sie bei der Super 6 raus. Die Gewinnzahl 791903. 7 Millionen könnten heute im Lotto an Sie gehen. Dafür müssten Sie nur diese Zahlen vorher angekreuzt haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Die 4, dann die 22 und die 24, dann die 34 und die 36 und zum Schluss noch die 43. Und wer gewinnt jetzt den Jackpot? Dazu braucht man heute die Superzahl und das ist heute die 6. Auch wenn es mit dem Jackpot eben nicht geklappt hat, denken Sie einfach daran, alles was glücklich macht, macht uns auch reicher. Und das mit den Lottozahlen, das kriegen wir auch noch hin. Tschüss, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.